Musik Kreativität, Innovation und Zusammenarbeit, das sind Sachen, die in jeder Stadt wichtig sind. Insbesondere in einer smarten Stadt. Auch Wetziken ist eine smarte Stadt und wir wollen auch viel smarter werden. Darum führen wir am 24. und 25. Juni einen Smart City Hackathon durch. Das im Kronensaal und Sie können Teil des Prozesses sein. Kommen Sie vorbei, machen Sie mit, wir freuen uns auf Sie. Musik Musik